Der Weihnachtsmann wurde aufgespießt. Seine Vitalwerte sind für sein Alter unglaublich. Vielleicht ist er ja wirklich der Weihnachtsmann. Ich nehme an, Sie wohnen am Nordpol. Genau. Tata! Das mechanische Einhorn. Ja. Das ist der totale Halb, das will grad jeder haben. Da muss was schief gelaufen sein. Oh mein Gott, die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Weihnachten letztes Jahr gab's so'n Mordstreit wegen dieser beschissenen Sauferei. Sind Sie komplett verrückt geworden? 500 Euro für ein gebrauchtes Kuscheltier, die sind doch wahnsinnig. Blödes Einhorn. Soll ich's dir abkaufen? Hm? Guck mal. Ich kenne alle Vornamen. Doktor Rolf Eduard Kaminski. Papi! Das ist ja fast schon ein Wunder. Weine! Bitte weine!